Wir befinden uns da jetzt vor Ort für den schön neu errichteten Markterskreuz. Und ich stehe bei den zwei Gästebürgern, die uns da sehr viel gewollt haben und uns unterstützt haben. Und ich möchte euch jetzt mal fragen, ob Sie hier auf dem Weg gehen können. Es ist einfach gigantisch. Ihr seid wirklich eine ganz tolle Truppe. Wir sind so stolz auf euch und freuen uns riesig, denn es ist echt für uns immer wieder ein Ausflugsziel. Und auch in schwierigen Situationen gehen auf und zu greifen. Wow, das ist ja ein tolles Kompliment. Und angesehen, was sagst du dazu? Was sagst du überhaupt zur Landjugend Staffendorf? Ja, ich bin positiv überrascht und freue mich, dass das überhaupt durchgeführt worden ist und dass die Idee dann aufgegriffen worden ist und dass ich dann verwirkliche. Danke schön. Ich stehe da jetzt bei unseren kleinen Projektbetreuern. Wir sind sehr froh, dass wir das Projekt mit Ihnen machen durften. Sie haben ja gerade die Segnung gemacht und ich würde gerne noch mal ein paar Worte für die Kamera bitten. Wie ich zuerst schon angemerkt habe, ich sage einmal ein sehr herzliches Danke und vergrößt Gott, dass Sie dieses Projekt verwirrt haben, dass Sie da mitgemacht haben. Es war für mich eine große Freude zu sein, mit welcher Begeisterung und mit welchem Elan die Jugendlichen da ins Werk gegangen sind und die wirklich ein ganz tolles Werk geschaffen haben. Das ist ein Rast- und Ruheplatz, der auch zur Besinnung bringen kann, der für viele Menschen in unserer Gemeinde jetzt in der Nacht zu besitzen kann. Danke schön, Herr Leofeld. Wir wollen uns auch noch einmal bei Frau Hirsch mit bedanken, weil die hat uns ja die ganze Zeit mit den Pfarrgemeinden reden da verköstigt mit Milchmeiß und lauter Leckerei. Wollen Sie vielleicht auch noch irgendetwas sagen? Das ist mit dem Verköstigen, Frau Super, dass ihr seid bei mir bei Morgan bedanken, da war ich nicht unbedingt zuständig. Aber wenn Sie sich eigentlich in Leinwand anschauen, da steht die Worte. Und der Tatort, das ist eigentlich in einem Ort, der Tatort war, aber siehst du, da kann eine Super-Tart, die der Gassenversorgung zugutekommen. Das war so. Danke, ich würde nicht erwartet. So, ich stehe da jetzt mitten in der Kuppel beim Pauli. Pauli, was sagst du, wie redest du eigentlich? Ja, ich bin da sehr zufrieden. Die Müllspeisen sind da alle sehr herrlich. Ich habe jetzt schon zwei Drittel durchkostet und bin eigentlich zu 100% begeistert. Also, die Erfolgsquote ist ausgezeichnet. So, lieber Hansi, du bist ja aus unserem Nachbarspringel der Landjugend Reichersdorf. Ich habe diese 42 Gemeinslein fünf Stunden noch vor euch. Ihr seid beim nächsten Termin dran. Was sagst du eigentlich zu unserem Projekt, zu unserer Umsetzung? Ja, ich muss sagen, ich sage, es ist sehr gut organisiert. Die Müllspeisen waren auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, wir hoffen, dass wir das genauso gut organisieren und so einen guten Block wochen wie ist. Und seit 8 Uhr freue ich mich jetzt gewesen und wir haben das genauso gut wochen. Super, danke Hansi! Super, danke!